Top! In Deutschland oder in München? In München. In München ist, ich würde sagen, Englischer Garten. Und dein Lieblingsport? Massmann, Massmann Park. Audidome oder Morawitzki? Beides. Aber ich glaube, ich muss meine Heimat in die Morawitzki schon sagen. Schau mal, es ist was anderes nochmal. Schön klein, wenn es voll ist, ist es immer schöner zu spielen. Aber natürlich auch der Audidome. Du arbeitest ja jetzt auch mit DeMond Green zusammen. Früher standet ihr auf unterschiedlichen Seiten. Wie ist es jetzt mit ihm zusammenzuarbeiten? Sehr schön. War Zeit, also ich freue mich mit ihm zusammenzuarbeiten auf die schöne Zeit. Viel von ihm zu lernen auf jeden Fall. Es wird gut und einfach Spaß zu haben. Wenn man auf dein IG-Feed schaut, sieht man, dass du sehr viele Bilder von dir, deinem Freund und deiner Familie postest. Wie wichtig sind dir die? Sehr wichtig. Meine Familie ist mir ganz wichtig, meine Freunde auch. Ich habe einen kleinen Freundeskreis. Deswegen sind die mir sehr wichtig. Ich versuche so viel wie möglich Zeit mit denen zu verbringen, wenn ich Zeit habe. Und immer mit denen Spaß zu haben. Die sind mir auf jeden Fall wichtig. Das ist ein großer Teil von mir. Und wie sieht jetzt deine weitere Saisonvorbereitung aus? Also ich fliege jetzt dann in die USA. Ich spiele noch Summer League und dann komme ich wieder zurück und bereite mich hier mit dem Team vor. Mit welcher Erwartung gehst du dann in die kommende Saison? Gewinnen, so viel wie möglich, mich weiterzuentwickeln, dem Team zu helfen, mich dran zu gewöhnen. Das ist ein anderes Level. EuroLeague und mit Tinkeri viel zu lernen. Ich glaube, mit der Erwartung gehe ich rein in viel zu lernen. Hi Münchner Fans, hier ist Joshua. Ich freue mich auf euch in der Halle und euch kennenzulernen. Ich bin wieder da und es wird sehr schön.